Da ist der Yuta wieder! Ich werde den Juvirex aber nicht gut heißen. Ja, ja, alles gut. Du hörst dich wohl, ich fühlte mich! Ja, Händel, den kühler Winterfisch. Zart und zart. Das ist die Maya. Oh ja. Händel ist hier irgendwo hoch gelaufen. Die Maya hinterher fiel ich Händel. Oh, Händel! Nein, Händel! Oh, Händel! Was passiert? Ist ein Stein da hinten oder ist es der Maya? Der da sitzt. Auf dem Hang? Ja, ich weiß was du meinst. Könnte ein Stein sein aber. Kann doch der Maya sein oder irgendein anderer? Es ist ein Maya, ist der Maya, man sieht den Kopf. Okay. Sitzt sogar. Geil. Der hat ja echt lange heute. Ich mach deine auf AFK. Naja, vielleicht ist es doch wirklich AFK. Wäre doch geil. Wir müssen vorne und hinten einer. Aber wie soll ich denn? Stehen bleiben und dann beißen. Achso, ja. Beide einer hinten, einer vorne, drin stehen bleiben, beißen. Ich mach kurz. Da sitzt er. Ja, wenn du willst. Du musst anfangen zu rennen, ich bin ein bisschen schneller als du. Okay. Auf eins. Drei, zwei, eins. Wir haben uns nicht gewissen, ne? Ich bin nicht verletzt. Nein, gut. Ja, renn da hoch. Ein Schlag hat mir den ersten Screen von ihm, ne? Oh, er bleibt hängen. Er bleibt hängen. Er bleibt hängen. Ja, aber wenn er ernsthaft Probleme hätte, dann wird er schon links woanders hinrennen. Ich glaub nicht, dass das Sinn macht. Ich glaub nicht, dass das Sinn macht. Ich hoffe, du bist herzlich vor mir. Ne, der verarscht uns. Ich glaub nicht, dass das Sinn macht. Okay. Okay. Wir kriegen aber nur mehr Hunger am Tag davon. Und entfernen uns weiter von dem Spot. Ja. Sonst war hier nichts leckeres, ne? Ja. Hier ist der Zerato. Mach den weg? Nein! Du hast weniger Essen. 53 hab ich. Und du? Minimal weniger. Ja. Oh, ich höre mal. Ja, der kommt jetzt. Es wird zusammen. Ja, er ist unten ein Piddle Duo. Der hat sich ja sein Bein gebraucht. Und dann erst mal OneCoin, ne? Ja. Beim Bein. Hinter dir ist der O-Rongespawn. Ein... zwei... Ach, warte. Ein... zwei... eins... go! Ein... zwei... Ah, warte. Ein... zwei... eins... Ja. Ja. So ein Sechslecher hab ich jetzt. Trink noch. Jetzt wo es gerade sicher ist. Stimmt. Hier haben sie irgendwo geendet. Ja. Hab sie. Oh! Da beißt hier irgendwas. Es sind mehrere Spuren. Ja, ich seh's. Tod. Essen. Schnell. Nice. Wo ist es? Hä? Da sind aber... Warte mal. Hier gehen Spuren noch weiter. Oder? Ja, ist nicht Essen-Zeit, ne? Ah, jetzt... Das war noch... noch ein... Call. Ich esse... ein Bein... Bissen. So. Jetzt kannst du essen. Oh, das ist... Äh... Ah. Jetzt ist er weg. Ach, ne. Also ich weiss nicht. Da kommt ein Adol Drex. Da unten im Busch ist ein Adol Drex. Hat er uns gesehen? Ja. Die Hälfte Stamina. Eine Hälfte? Naja, aber da oben... Ah, der muss sein. Was will er? Geh weg! Oh, die Lärm Drex. Hier, guck drei Verpuschter an. Oh mein Gott! Gerne. Wie viel hast du? Ah, ist egal, nicht nachgucken. Der noch ein nächstes Mal rein. Ich glaube, ich musste... Musste gucken. Und? 33! Und du? Ja, ich glaube ich bin auch irgendwo da in der Nähe. 40 vielleicht. Äh... Ja, ich höre AI da vorne. Das ist gut. Bitte lass es erstmal sein. Bitte kein Apex. Bitte kein Apex. Oh, komm mal zu mir. Was ist das denn? Ich hab den der Zeuge. Was ist das denn? Er ist es. Ein riesiger... Juryrex? Denzel? Na, er geht ins Wasser. Nein, 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 nein! Bitte! Nein, warte! Nein, warte! Er warte, warte! Nein! Tu nichts! Och, no! Das ist... ...nicht voll. Das ist so richtig hinter den Rücken. Er ist gerade zum Zap geworden, ja. Oh, wei... Ah, oh, no. Er ist im Last Green. Ich weiß nicht. Oh, da würde uns so viel weggehen, der Typ. Nein! Nein! Wie gut, dass er vorher noch gecrawled ist. GG. Ja! Er hätte entkommen können, wenn der Tupi geblieben wäre und weggerannt wäre. Oh, wie viel hast du? 87. Nice! Ach, kann er noch einmal gucken? Ich höre ihn! Ja, ich auch. Er ist direkt vor mir. Der ist...der riecht. Direkt vor mir. Ja, ja, ja. Geh rein. Ja. Hab ihn. Hab ihn auch. Er hat mich. Aber mach nicht viel. Oh, ich hab... Er setzt sich. Gehst du? Ich geh... ...rein. Ich geh nach dir? Okay, nee. Nee, warte. Er hat geschrieben, ne? Oh mein Gott, ist das geil. Wie doll blutest du? 0,4, also nichts mehr. Okay... Er ist verdammt groß! Er ist verdammt groß! Ist nicht von uns. Hm... Ich weiß noch von... Da hinten auf, Ohos. Oh, und ein Taco ganz weit weg. Hier ist was los. Hm... Aber wir werden bestimmt an dem hier satt. Voll. Oh, und der ist noch nicht mal zurückgehauen. Siehst du was? Hm. Was? Young Adult Utah. Nice. Nice. Vor Ort. Aber der... Nähe der Container. Und jetzt ist er ja zwischen die Häuser da gegangen, zu den anderen Containern in die Richtung. Der wächst. Das heißt, wir erzeugen hier draußen AI. Und dann warten... Aber es ist doch besser, wenn wir mehrere Ausgänge abdecken. Ja... Oh, er ist auf dem... Auf dem Haus. Ach so. Hm. Er guckt in deine Richtung. Sei vorsichtig. Okay. Er weiß zumindest, wie man geht. Ich sehe unten einen. Das ist der Young Adult, den ich gesehen habe. Okay. Oh, der kommt hier zu meinem Ausgang. Und er doch nicht. Doch. Er kommt hierher. Okay. Ist einer bei dir? Du bewegst dich. Er ist trotzdem schneller als ich. Er kam hier raus. Shit. Alles wird schon. Und will er. Der andere kommt hinter dir. Hinter dir zurück. Hast du ihn? Ich bin. Nice. Ich glaube schon. Ja, du hast ihn erblutet. Wo blutest du? Muss denn die sich triggern? Nee. Ich bin ein Schisser. Ja. Wo bist du? 9-7. Ich höre, hier was? Ja, der hat sich erschreckt. Ja, der hat sich erschreckt. Ja, der hat sich erschreckt. Oh. Oh, nice. Aber er hat geschrieben. Das ist wirklich. Ich weiß nicht. Komm schon, komm schon. Wir sind zwei. Und das sind wahrscheinlich ... Ich sehe sie. Ja, da sind sie. Wie viele? Zwei. Ich bin bei neun sieben, ne? Aber wenn wir die ersten Bisse haben, könnte es gut laufen. Sag mir bitte, wenn du reingehst. Haben die die schon gesehen? Ja. Warum? Einer ist tot. What? What? Zweiter ist auch tot. Das ist so tisch, ey. Oh mein Gott. Nämlich einmal ein Gewissen. Die Mann völlig überfordert. Ja, aber... Wie über sie gekommen, wie ein Sturm. Ein Sturm. Wenn die aber ein bisschen besser gewesen sind. Ja. Perfekt. Und dann noch am Wasser voll nah. Geil. Oh oh. Hm? Wenn die Leichen nicht mehr essen. Du bist... bist du geborrht? Nein. What? Weil es full sub kann man die Alulaichen nicht mehr essen. Oh no. Komm schnell her und ess die. Oder ich bin immer noch voll. Warte. Ne. Nein, ich bin immer noch voll. Kann ich noch nicht mehr essen. Oh shit. Ja. Alles gut. Alles gut. Ich habe ja jetzt voll den vollen Magen. Wir können jetzt neue Dinge suchen. Okay. Wenn du noch Hunger hast, isst die andere auch noch. Und dann... Oh shit. Ich bin froh. Okay. Woah. Danger Rex. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, nehmt noch hinein. Oh, da schon, da müssen wir wieder. Mein Laden, du crouched! Und, tut das schon weh? Nee. Weißt du, was weh tut? Mein Bone Break, den ich dir gebe. Dafür musst du mich erst mal kriegen. Ja, aber klar. Ich bin übrigens adult. Ja, das ist mir schon klar. Ja, aber adult heißt nicht... Oh shit! Was denn? Was war da? Adultilo? Oh oh. Hattest du dich gebissen? Ja? Oh mein Gott. Bleibt man dahinter? Siehst du ihn? Hä? Ich setz mich jetzt hin. Dann einfach tue ich mich durch und beiß mich. Jetzt! Nice. Essen für Tage! Äh, viel schon? Ich hab zwar zwei Bleed, aber das ist von dem Dino. Und der Damage stellt sich in Grenzen. Erster Screen. Aber nicht, dass da jetzt noch mehr kommen. Ob ist Domina wieder voll? Ja. Das hat so gut funktioniert. Wie geil sein soll. Nice. Wobei, ne? Supply for nice. Was? Hm. Gucken wie es endet. Ich schieß bei mir. Okay, komm gleichzeitig. Gucken wie das. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Los! Und? Was hast du? Also ich bin bei 100. Ich auch. Pfeffer. Gucken wir mal dann. Oh mein Gott, das Kroischen. So kann das kaum. Wollen wir jetzt hin. Was sind das für Rieche? Die gehen in die Richtung. Was? Hast du da Spuren? Kannst du nochmal riechen? Ja. Was ist das? Kannst du hier erkennen? Kannst du hier erkennen? Gali, ne? Nee. Nein, 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 nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das da? Ich sehe nichts, weil ich gerochen habe. Ich sehe nur Swamp. Ich sehe nur Swamp. Ich sehe nur Swamp. Schneid. Oder ist das denn? Was? Es bewegt sich. Es ist ein Trike. Gali, Gali, Gali. Verrät uns. Der sitzt hier vor... Ich gehe da rein, ne? Ja. Ich komme mit. Der Gali verrät uns aber. Achtung. Ich bin direkt hinter dir. Erwischt. Warte. Gut. Ist ein Swamp oder? Ja, Swamp. Oh, geil. Tot. Oh, haha. Der checkt halt. Oh, ja! Vier Kali! Oh! Wuuu! Was ist denn? Das sind mehrere. Ja! Oh, das sind drei! Süß! Oh, ne, süß! Ich würde so gerne auch Kali. Da ist ein großer, Gali! Oh, da ist ein großer. Ja, ich sehe ihn. Das war der, der die Spuren gemacht hat. Ja! Guck mal, die Halle! Soll ich einmal vier kommen? Als er isst... Nein, du sollst essen! Wunderfähig. Was ist da? Äh, ein Weh doch! Da hinten ist der Rainnion Tower und dann müssen wir in diese Richtung, oder? Ja, vielleicht müssen wir da links, aber auch mal gucken. Da müsste der Fluss hier sein. Ja, ja, der Juta-Fluss erstmal, ne? Ja. Obwohl, ne, warte mal. Da hinten sind doch die... Was ist das? Da! Wenn du den Radio Tower da siehst, dann weiter links. Ja, der Radio Tower. Zwei Eddle-Drechse gehen auf einen von Juvigalli, der... Am Wursch... Juvigalli, bleib ich hier! Nein, lauf nicht weg! Bitte nicht! Deine Stamina, Sarko. Wir wollen dein Fleisch! Gib mir dein Fleisch! Gib mir dein Fleisch! Ich bin... ...dein... ...fleisch! Ich geh jetzt zum Kleinen. Ne, oder? Er ist tot! Was? Nein, jetzt, ich bin zu weit weg. Wie bin du denn? Nein, komm jetzt her! Du verlierst gleich... Wenn ich da bin, ist ja schon vergangen! Nein, komm jetzt! Oh, Mom! 19 Prozent! Ich kann damit fleißen. Vielleicht sogar adult werden. Ich bin aber voll lahm! Bis dahin ist das schon vergangen! Ja, ich glaube ich so schnell. Oh, mein Gott! Ich muss wenigstens ein bisschen essen. Du hast ja nicht bekommen, das ist ja... Das ist mir grad sehr unangenehm hier. Es wird immer heller und... Das kennen wir irgendwoher, ne? Mhm. Mhm. Wie lange fress ich denn? Oh du Scheiße, da ist er ja schon. Will hier gar nicht sein, aber da haben wir müssen. Da. Ich sag... ...zwei Bisser? Einer, ich sag ein. Du hast schon zwei gesagt. Nein, ich hab eine. Gute. Gute Anzweifel doppelt sich. Okay, ich sag zwei. Ich sag zwei. Oh no! Ein Prozent. Jax. Das hat sich ja nicht gelohnt, der Weg dahin. Danke. Ich bin bei 9, 3, 4. Ich bin bei 9, 6. Ja! Hättest du sofort gegessen, hättest du zwei vernünftige, bist du vielleicht schon zu kurz. Wir gehen jetzt nach Freit und essen da Juvies. Wenn wir da ankommend sind, der halb war Hunger. Oder wir trinken zwischendrin auch mal ein bisschen. Ja. An den nächsten 10 Minuten, dann scheidet sich Aris. Ja! 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 Ja!